Und herzlich willkommen hier zurück bei The Legend of Zelda Ocarina of Trim. Was ist ein langer Name? Er hört doch nicht auf. Ähm, ja, ich bin zurück im Wassertempel, also eigentlich immer noch. Und, ja, ich hab jetzt, ähm, einen zweiten Schlüssel bekommen. Aber, ja, okay, genau. Ich hab mich hier aufgemacht. Und ich bin dabei, ich sollte mich hier nochmal ein bisschen umsehen. Ja, weil es gibt hier eigentlich nichts. Doch, Wasser gibt's hier drin. Das ist doch auch was anderes. Ah, 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 hier auch schon. Ja, okay, dann geht's direkt weiter mit einem Erfolg. Und hier ist eine Tafel, wo ich Melodie spielen kann. Vorher will ich... Hm, okay, hier geht's wohl nicht rein. Zumindest noch nicht. Doch, von da aus. Ich will erstmal gucken, ob ich hier reinkomme. Dann kann ich immer noch hier zurück und ein Vegan-Lied spielen. Man, ich jetzt ja... Muss ich dich erst verprügeln. Ah. Oh, ah, hier sind wir gelandet. Ach, herrje, vielleicht war das noch nicht so gut. Oh, doch, vielleicht schon. Sekunde, ich will hier kurz rüber und... Mal diese... Krüge, Krüge. Ah! Die kam direkt am Ende von oben geflogen. Okay. Ja. Hm, mhm. Dann. Ach, genau, jetzt könnten wir hier auch ins Auge schießen, wo wir schon mal hier sind. Warum denn eigentlich nicht... Ah, weil wir uns nicht schaffen, reinzuschießen. Okay, ich verstehe. Oh Gott, das geht ja richtig ab hier. Äh, okay, um das zu schaffen, brauchen wir gar nicht hier noch irgendwie irgendwas. Äh! So, was hat mir vorbeigeflogen schon wieder. Ich frage mich, ob es dahin geht. Aber ich glaube, wir müssen nochmal zurück und das Vegan-Lied spielen erst einmal. Nee, das wurde nichts. Das habe ich vergessen. Okay, dann, ähm... Ich glaube, hier ist sogar der Eingang dazu. Ja, doch. Versuch's mal. Au! 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 Ah, dass du mir auch gleich noch geschubst hast, ist sehr gemein. Okay, gut, dann jetzt wieder quasi zurück auf Anfang. Wo war denn das jetzt? Hier. Na. Ey, was? Was? Das kann doch nicht... Was sollte das denn gerade eben? Das finde ich aber lustig. Ja, 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 ja. Gut, dann spüren wir erst einmal wieder das Vegan-Lied. Um das Einfachste von allen. Oh, okay, was genau jetzt eigentlich passiert. So, der Stein nach oben gekommen. Ist da unten jetzt eigentlich irgendwas, weil ich mich wieder mal runtersegeln lassen sollte? Das sieht zumindest danach aus, oder? Aber ich glaube, ich geht... Ne, das geht ja jetzt nicht irgendwie nochmal, sich in den Teer zu schmeißen. Ich habe Angst, dass ich wieder auf etwas übersehe, weil ich meine, wenn jetzt hier... ...dü-dü-dü-dü macht... ...doch. Oder? Ich weiß es nicht. Ich gehe trotzdem nochmal runter, jetzt so. Absolut nicht nachvollziehbar. Aber ich meine, wenn hier was wegging, dann... Genau, dann ist jetzt was offen. Hä? Hä? Ich segel sonst wohin. Okay. Äh. Riesiger Raum. Okay, hier ist ein Gitter da drüber. Und wie soll ich nur abends, wenn ich dagegen haue, dass das Gitter verschwindet? Und... ...in deinem Haus und so... Äh... ...mit einem bis Abstand. Genau, wie ich mir schon dachte. Wie gleich tausende von Killer-Gegnern. Äh. Schon werden wir gefressen, also so quasi. Na komm. Äh, ja. Okay, das ging diesmal sogar. Und ich hab gar keine Pfeile mehr gehabt, quasi. Ah, Bomben. Brauch ich bestaucht noch. Ah, oh, Hilfe, 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 Hilfe. Wah, lauf. Oh Gott, die kommen direkt noch auf mich zu. Das ist aber nicht so schön. Da ist auch echt ne Bomben drin. Äh, ich hab schon wieder nicht geschafft, irgendwie rechtzeitig das abzudrücken. Okay, gut. War ja ganz einfach. Ahahaha. Kommen wir eigentlich mal noch den Kompass? Wo werden wir hierhin geführt? Ah, okay, nein. Das ist nur ein kleiner Schlüssel. Ja. Okay, wow. Wir haben jetzt schon wieder einen Schlüssel bekommen. Hm. Und können uns jetzt freuen damit. Ja, ich zieh die Schuhe wieder an, weil es ist doch irgendwie noch am angenehmsten eigentlich. Zumindest, glaube ich, geht das schneller als zum Tauchen. Jetzt kann ich sie eh ausziehen. Und schwups, schwups, geht's nach oben. Äh, geh weg. Mann. Äh. Pixies. Lass ich mal ne Stacheln. Ähm, was? Hab ich gerade gesagt. Okay, jetzt können wir bestimmt hier irgendwo Rieber noch. Oder können wir nicht noch weiter hoch? Äh. Ich darf mal auf die andere Seite das versuchen. Ich hör doch noch was. Ach, da oben. Ups, da hin komm ich wohl nicht. Aber wir könnten darüber hoch gehen. Nein, nicht. Weil, nein, nicht das. Ach, Mann. Huch. Ähm, ja. Falls ihr das gerade gesehen habt, tut mir leid. Das überrascht mich auch immer mal. Ab und zu. Gott, hier sind bestimmt noch irgendwo. Okay, da ist noch ne Tür. Da können wir auf jeden Fall durch. Ach, okay. Die Tür können wir gar nicht öffnen, wenn wir hier Feuer durchschießen. Ich mach's gerade mal so aus, dass wir fangen. Okay, gut. Kommen wir auch wieder zurück. Hier haben wir also eine Tür. Und da haben wir eine zweite Tür. Ach nee, hier ist gewünscht. Da kommen wir. Nein. Oh Gott, der braucht zu lange. Ahaha. Oh, hier ist so ein böser Kumpf. Na toll. Böser Käfer, aus. Nein, ein Herz. Ja, okay. Wir sind so blöd zum Tauchen. Ich hoffe, alle hier gerade Pfeile ohne Ende. Das schaffe ich nicht. Okay, dann weitergerannt. Wieso mal Prüge? Ich muss aufpassen, ich werde bestimmt wieder was von oben. Ach, Mist, hier sind zwar drin. Ja, da ist er wieder. Der stinkende Käfer. Gut, das hat man auch ein Herz bekommen. Ja, dann, dann, dann doch noch darüber erstmal. Und einen Schlüssel verwenden. Ha! Okay. Gott, Vögel da draußen. Was ist das denn hier? Nee, das zählt scheinbar. Ha! Oh, Hilfe! Ein Gegner. Wer hätte das gedacht? Das heißt, ich muss mich gleich nach oben befördern. Hey, warum geht das nicht? Achso, ich muss von da aus schießen dann. Ist okay. Ja, ist okay. Wir warten mal eben. Nimm mich mit! Ja, das war dann wohl nichts. Ich will doch nur keine Pfeile verschießen. So, wohin hat es mich jetzt hier gebracht? Sonst wo? Oh, hin! Okay, hier können wir, glaube ich, das nächste Lied spielen. Du kommst hier eh nicht hin. Ah, nein, warte mal. Ich wollte nämlich noch nicht, ich will das noch nicht ganz so hoch machen. Es war irgendwo noch, ähm, so eine Wand, die ich kaputt machen konnte. Nur die gilt es jetzt auch zu finden. Ich würde die aber gerne noch kaputt machen, aber ich bin der Meinung, äh, weil ich bin der Meinung, dass es genau an der richtigen Stelle dafür ist. Ja, komm her, du Drecksack. Ich bin crazy, äh, wischig dich schon. Ich glaube, ich muss eins noch unten und dann... Und dann... Wo waren denn die, 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 die Eingangsdinger? Ich will zum ersten Mal auf Prinzessin Ruhe, äh, ja genau hier. Dann müssen wir, dass das jetzt genau richtig sein, deswegen will ich da kurz hingehen. Da war ja noch eine Kiste dahinter. Eventuell ist da nämlich noch ein Schlüssel drin, andernfalls Rubina, okay, das sollte mich dann nicht interessiert haben. Aber wenn doch, dann sollte das jetzt hier klappen. Ich würde ganz ehrlich sagen, es ist die geöffnet, aber nein, die ist zu und wir werden... Oh, ich hasse, dass er nicht mal hin und her machen muss hier. Da bin ich quasi schon ein Stück zu weit gewesen. Oder der Kumpel? Naja, nee, Kumpel ist was vergessen. Ja, noch ein Schlüssel, genau. Ich hätte mich das Wasser nach oben gemacht, dann wäre es das gewesen. Ähm, ja. Dann können wir jetzt eigentlich wieder den Weg, ja, nochmal gehen. Ähm, hier unten. Tut mir jetzt eigentlich wieder leid wegen dem ganzen hin und her, aber... Ich meine, irgendwie muss man ja vorwärts kommen. Ich meine, mit haufenweisen Schlüsseln zu hantieren, ist auch nicht einfach. Beziehungsweise die alle zu finden. Äh, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Ich glaube, hier... Nein, war nicht das, welchen muss, sondern eins weiter. Mein Vier und ein Viertelherz. Okay, dann nochmal den ganzen Weg, aber wir kennen ihn ja eigentlich schon. Zack. Ja. Oh Gott, hier ist wieder der Gegner. Gehen wir einfach mal hier rein. Ist mir doch egal, was du willst. Ähm, ja, nein, kack, jetzt hab ich keine Ocarina mehr hier. Ah. Ein paar mehr Plätze werden nicht ganz nett. Na, dann, Wassermarsch. Oh, das hat nicht funktioniert, oder was? Okay, dann noch einmal. Jetzt, ah, Verzeihung, ich hab mich schon gewundert, warum da nichts steht. Das ist immer so pingelig sein müssen. Okay, jetzt sollten wir auf jeden Fall nach, ähm... Ja, quasi überall an den röstlichen Sachen noch hinkommen. Ja, was genau ist das hier jetzt eigentlich? Ähm, nee, da könnte es sein, dass es mir noch komplett nach draußen wiederkommen. Ähm, ja, nee, dann, dann, dann bleibt das. Los, komm doch, komm doch, hä? Au. Warum geben die mir kein Herz? Ähm. Bäh. Oh, kacke, nicht, wenn ich hier irgendwie im Wasser bin. Was gab's denn sonst noch überhaupt? Ach, Mist, da war noch eine Tür. Ich hab' noch drin gewesen. Ich versuch's nochmal, da hinzukommen, jetzt, ja. Ach, tauchen sollst du nicht da hochklettern. Ach, Mann, jetzt hör doch mal auf hier, aber du machst mich wahnsinnig. Das ist ja noch eine Rebell. Ich tanze hier nicht so rum. Das ist aber so widerspenstig. Okay, das bringt hier gerade überhaupt nicht so vorbeizusegeln. Ah, ich hab schon Angst, ob ich irgendwas vergesse und dann sowas hier. Ich hab' noch gerade öffnen. Ich schaff das schon, ach, ich schaff das. Ich denke, das ist nicht gewollt. Kämpfen, ja, kämpfen müssen wir nicht. Halt noch ein bisschen runter. Oh, ich mach hier Spielchen. Ja, ne, das wird so nichts, äh, hm. Ja, falls ich auch was vergessen hab, dann... Pech. Oder hab ich auch was vergessen? Man hat ja ne Karte. Wir sind zum dritten Flur, okay, ja. Tatsächlich. Das garantiert genau das, wo ich jetzt gerade bin. Wo ich jetzt hier so einen langen Raum hab. Und, manno. Was, einiges, was wir noch nicht haben? Na gut, vielleicht... Die Schlange ist da oben auch ganz süß. Vielleicht schaffe ich das eigentlich noch irgendwie durch. Ich hab' doch ein Herz. Na, geht doch. Okay, jetzt bin ich nur gespannt, was hier passieren wird. Ah, springe ich zu weit? Okay, das muss ich jetzt hier doch gar nicht versuchen. Achso, die kommen uns entgegen. Ach, Hilfe. Wie soll ich denn das schaffen? Ach, wir fahren auch mal hoch. Oder was? Ich glaube, nur wir fahren hoch und runter. Ah, ich bin so blöd, wie manchmal. Ich hab' da schon noch. Tatsächlich. Und ja, genau. Wir brauchten hier noch einen Schlüssel. Das wär' sonst Kacke gewesen. Also, ich hab' die Peinlich und Hilfe. Wenn wir die fiesesten von Viehs nehmen. Na, ob die hier hochkommen? Ich glaub' ja nicht. Ähm. Warum ist der eigentlich rot? Sollte der nicht silber sein? Silberin. Äh, jetzt kommen sie aber bestimmt hoch gleich hier. Dein Einzelteil zerlegt. So sieht's nämlich aus hier. Na los, dann komm mal. Äh. Das ist nicht so. So, dass ich dich töten kann hier. Gibt's gleich zwei Griffe? Kann man das jetzt noch entscheiden? Okay, das geht doch nicht. Bäh. Wie soll ich mir nur sowas gedacht? Das sollte auf jeden Fall vielleicht nochmal fungieren. Okay, wie kriegen wir das jetzt hin, dass wir... Ach nein. Falsch. Ich bin völlig falsch. Ich bin ja wirklich völlig falsch. Ich bin ja immer so blöd manchmal. Und... So, hier wird aus dem Wasser kriechen. Die Auflösung, warum ich blöd bin, äh, ja, im nächsten Teil. Bis dann.